Hallo, ich bin wieder da und jetzt bin ich alleine und so und ich muss jetzt den Timer wieder starten starten Lautstärke nein, die Medien-Lautstärke so schön nach oben so und jetzt gehen wir mal ganz easy nach unten ganz easy nach unten ganz easy so, dann pack ich mal das Superholz weg das ist mir dabei, ja pack ich mal das hier weg ah genau hab ich da jetzt gebacken, genau ich brauchte ja Tropenholz jetzt hab ich Tropenholz das war vorher Wabawood, ich weiß das mach ich ein das tut mir auch schon in der Seele weh weil Wabawood hat doch viel passend zu sehen als so was aber nun ja es muss Opfer gebracht werden auch keiner denkt jetzt hab ich mir wahrscheinlich schon gefragt wie ich mir in den Motshorn geschaut hab das witzige ist der Mann voll witzig, die kann man ja eigentlich auch allen machen theoretisch ja gut ist ja logisch, aber ich wär's da schaubelt bei allen mehr oder weniger gleich auf nein dann wundere ich mich grad äh Minecraft bisschen spät, aber gut ich hab ja schon angefangen, aber gut ich brauch mal nochmal die Schilder was eigentlich hier dabei stehen kleinen Schilder ja, die kleinen Schilder 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 das ist aber ein Fehler kleinen Schilder kleinen Schilder ok Mod biblio kraft die gibt es definitiv aus trope hier tropenholzschilder also euch vier und sind exakt sechs 1234 glaubt damit habe ich einen ganzen tropenholzbedarf für dieses für mein ganzes leben befriedigt hallo ich habe die aufnahme schon startet gehabt aber okay hallo und warum startest du ohne mich ja ich weiß ja nicht after comes was nein wie gemein eigentlich ja nicht ich habe einen zauberstab ich glaube ich glaube ich habe ich gestern schon ich bin seit vier stunden wach und warte auf dich was soll der scheiß ja dann sei da wenn ich und komm ja auf jeden fall ich habe jetzt einen schönen goldenen zauberstab ja mit einer goldenen kappe aus großholz stehe brauchst du dieses großholz ich habe noch ein paar stecks irgendwo eine jeselbe holz wäre in der fall besser aber das war jetzt billig herzustellen so was wollte ich eigentlich machen und ich habe jetzt tropenholz erlangt du wirst nie erraten woher ich es habe 30 level ich habe jetzt eine entstehen kiste ja eine entstehen kiste nur für entstehen so und ich muss jetzt noch ein paar ressourcen farmen für meine finsteren finsteren pläne jetzt endlich skelette da hast du als du mei zufällig schon ja ich bin mal unter die map geflogen und habe eins gefunden und unter der map er unter der allerdings mehr im enthalt und den ganzen jahren zwar genug für meine schöne spitzsacke die ich jetzt gleich mal verzaubere mit glück 3 8 level ok und das mit augen mit messen muss noch die alte glück spitzsacke draufgehen da passt alles also ich glaube ich mal dann ein bisschen auf und ich brauche jetzt ein paar scherben der zerstörung des chaos und ansonsten brauche ich noch ein paar pfeile für meine finsteren pläne ok töte einfach vögel ok dann könnte ich mir die auch so erstellen theoretisch einfach gut also federn hätte ich noch ein paar jetzt erstmal in die cave world und suche mir meine steine meine durchzogenen steine wo ich die scherben rauskrieg durchzogene steine durchzogene steine ach ja ich weiß chaos durchzogene in der falle nutzt warte mal boah das ist so schön mit dem bohrer der bohrer ist die fackel wunderschön einfach der bohrer ist die fackel und nur so ich habe mir ja eine diamond chainsaw gebaut ich musste sie wieder runtergraden und mir wieder diamanten geben weil auf der 3captulator nicht funktioniert hat oh na gut und das problem ist dass äh ich das auch nicht in die 3captulator rein schreiben kann weil es nicht mit id reingeschrieben wird sondern mit dieser komischen namens id die ich nirgends find mhm und der mod name muss auch drin sein und die mod id also ist jetzt viel umständlicher gemacht ist ja bescheuert naja und ich geh gerade einen gang lang den du wahrscheinlich gegraben hast und das wenn ich könnte den enchantment mode anmachen und dann halt einfach das enchantment drauf tun das problem ist dass dann alle das enchantment brauchen und wenn ich den mode wieder ausmache dann funktioniert es auch nicht mehr dann ist das enchantment drauf aber es funktioniert nicht mehr also ich kann es nicht anmachen enchanten und dann wieder ausmachen das funktioniert nicht also muss ich entweder den enchantment mode anlassen sodass du dann alles entweder einfach mit x enchantest dann mit dem dingens also all deine äxte was hast du eigentlich mit dem ei gemacht was für ein ei ender drachen ei noch gar nichts weil ich ihn noch nicht umgebracht hab oh jetzt ist er gespawnt ich habe mich so gefragt weil die meisten der türme so zerstört waren ja die habe ich mich ja auch gekümmert gut gemacht ich zerstöre die auch gern per hand ich muss sie in einem 8 jetzt per hand ich habe mit fallen drauf geschossen deswegen habe ich noch mal so viele ah das wäre eine idee hast du diesen knochenbogen schon ja daran arbeite ich ja gerade verbrauche ich ja die scherbe welche sollen das sein chaos also eryptik glaube ich du darfst alles nehmen was du bei mir findest wenn es sich um diesen bogen handelt sand erde kohle faden ich hätte eigentlich obwohl eigentlich eine aus ich frage mich halt ob unendlichkeit müsste man auf dem bogen verzaubern können ich glaube ich habe es mal getestet mit gecheaten und rein tun das müsste funktioniert haben du glaubst mir das zwar nicht aber hier sind dispenser mit pfeilen drin ja okay aber was ich mir halt frage ist mit dem mit den speziellen pfeilen mit dem verzauberten pfeil auch funktioniert dass die dann endlos sind das wäre sau geil auf jeden fall auf jeden fall sind das hier 20 pfeile und hier hängt ein skelettschädel an der wand auch cool welcher höre ich bin ich denn jetzt auch für 11 ok hier ist 12 na gut hm das ist am end einfach diese dungeons gibt es schon irgendwie ich glaube es ist keine absicht naja spawn halt überall was soll es ja im neser habe ich noch keine im neser im neser im neser habe ich noch keine gesehen stimmt er hat das biome er hat das die welt einfach vergessen er hat sich so gedacht was ist denn das end ich finde irgendwie nur extrem das ist doch lächerlich ja davon gibt es nämlich richtig viel da von dem anderen eher weniger da haben wir schon eine ganze exe mietrüstung machen ich will die gar nicht ja also ich habe jetzt nicht umsonst eine neser stein kiste ich werde den so komplett abbauen aber vorher töte ich den gegner weil der nervt einfach wenn er immer nicht rein fliegt ja du willst den end abbauen ja um an das material zu kommen und wenn ich den ganzen end stein in eine truhe verlagern muss dann sag ich so das end ist in der truhe ja kannst du es dir raus nehmen selbst mit turtles würde das jahre dauern das willst du nicht per hand machen doch ich wünsche dir viel glück ich werde dir nicht so groß ist das end nicht es klingt wirklich endlos soweit ich weiß es ist auf jeden fall groß genug so ich sind luft durchzogene steine den will ich doch gar nicht ich will das chaos haben chaos bist du grad schon in meinen kisten nein ich bin grad dabei das chaos zu farmen so stimmt chaos waren die diese hellgrauen oder so es war auf jeden fall die die grau sind wie viele brauchst du so einen für mich und einen für dich ja rein theoretisch echt mehr nicht ja einen pro bogen und pfeile mache ich die erdpfeile weil die mehr schaden machen die pfeile aus dem stein haben die spezielle fähigkeit dass sie wiser effekt machen wenn du das haben willst also ich gehe kurz nach hause und dann suche ich nach chaos chaos nur für dich nur was an das gerade chaos das war ein lag die dinge selber heißen nicht chaos ah deswegen finde ich sie nicht wie nennt man diese teile er wird tick also teleportiere ich ah jetzt teleportiere ich endlich ich kann es immer kann es immer eingehen und gucken ob du so am Rand siehst ah schön jetzt ist meine Spitzhalle kaputt pohr what the fuck die Kalkers ist ja jetzt mal vergleichsweise richtig schnell Entropie heißen die oh also Entropie wünsch mir Glück oder wünsch dir selbst Glück ja ich wünsche mir Glück beim Suchen und Finden ich habe die garantiert irgendwo ich meine ich habe meine Sachen ah da acht stück so acht stück wie viel brauchst du du hast wahrscheinlich von denen am wenigsten oder? zwei naja ich habe genau acht stück in einer Küste neben den vier Wasserscherben ich habe ja noch nichts sortiert auf Wasser habe ich glaube ich sogar am meisten da nochmal fünf oder von Terra habe ich am meisten das habe ich jetzt schon das weiß ich jetzt nicht mehr genau Machenschärben kommt irgendwie sehr häufig die grünen sind ziemlich grünes Terra also Erde und Luft habe ich hier auch gerade noch das Erde unter der Erde häufig anzutreffen ist es irgendwie logisch Ordnung ist auch ziemlich oft ich habe von allem irgendwie relativ viel finde ich relativ viel hast du auch deckweise ich suche mal alle Scherben die ich besitze weil sehen wie langs dauert schön wird es dauern und du holst sie denn abwenden die brauchst 36 Luftscherben Gold 59 Erdscherben Gold am liebsten waren sie nichtroffen hörbar ich hoffe dass ich wollten stehe hoffentlich nicht muss man hätte ich drauf ok ok weiter die Kohle Massen immer vor immer die Kohle Massen auch alle Witz und Halluzinnober ich habe ein WC-Renz Silber davon aus Scherz Scherben Scherben mein ich ich bin noch nicht bei allen Kisten gewesen aber schaut schon ziemlich gut aus so also eine einzige Nesserscherbe 45 Entropie Scherben Nesserscherben hab ich auch nicht weil ich da nix gemacht hab mehr als 70 Luftscherben nur 9 Wasserscherben über 1 Stack Erdscherben 47 Feuerscherben die Nesserscherben kommen die von Taumig Tinkerer ja dann werde ich die jetzt erstmal nicht brauchen es war auf jeden Fall Mob Drop daran erinnere ich mich immer weiß noch nicht woher Gegner ja klar nee das ist nicht klar ich werde mir auf jeden Fall sobald wie möglich ein Taumig im Trail machen das wäre voll cool so also ich habe jetzt alles alles komplett alles alle meine Scherben Wasser habe ich am allerwenigsten also falls du Luft und Erde willst da kann ich dir ein paar schenken da hab ich aber auch was das kristallbündel es gibt echt nur sechs verschiedene der Kristallbündel bräuchte später okay der Part ist zu Ende Tschüss Tschüss